Ok, 3, 2, 1 Eieieiei I liked it! Willkommen zurück zu der Alps Unser Phos-Projekt hier im LS15 mit dem Werder von Burning Gamers mit dem Sachsen als Player und dem Freezy One Guten Tag! Freezy? Ja bitte Manus? Ich sag so oft oder ausschließlich Freezy zu dir dass ich vergessen habe, wie du wirklich heißt War das Christian? Genau, ja. Ah lol, ok. Warum nicht Kevin? Und der Head geht weiter Nein Wie war eure Woche? Wie geht's euch? Ja, ganz ok Und selbst Ja Oh! Oh mein Gott! Was denn? Du hast dich angeschlichen wie so eine Katze Habe ich einfach nicht gemerkt Ich? Ne, Werner Ready, soll ich dir den LKW umparken? Das sieht nicht ganz so Das sieht nicht ganz so Achso, warte, ich kann den auch umparken Weil ich stehe nämlich hier grad ein bisschen bedeppert daneben Achso, welchen LKW übrigens? Da wo du drin sitzt Komm Tino, wir machen Hackschnitzel Hackschnitzel? Ja Ähm, Moment Da brauchen wir die Bergziege Ne, geht nicht Die brauche ich halt grad Für die Großen Das haben wir schon probiert Achso, ne der LKW Der MN Der MN, genau Der Grüne Ja Wie soll ich den denn hinstellen? Ein bisschen mittel nicht Heilt, ne? Mittel nicht So, ich mach mal die ganzen kleinen Bäumchen hier weg, damit er da die großen Wer mehr rausziehen kann Wie war unser Plan? Wir wollten uns die stärkere Bergziegerne kaufen Genau Zusätzlich, ja Ok Ok, alles klar Das kriegen wir ja hin Einen Steier wollten wir, glaub ich, verkaufen Dafür Weil Da hast du ja Von der Steier kannst du nur irgendwas ziehen und das war's aber auch schon Kein Front oder gar nix Ok So, na gut Ähm, dann Da steht erstmal So Du willst jetzt wirklich Hexe, Hexe gut machen? Ja, warum nicht, ne? Du bist jetzt heute top motiviert Aber richtig Wollt ein großes Real Talk Video aufgenommen Hast duths Da wollte ich dich eh nachfragen Real Talk Video Was heißt das? Du küsst dann Sentryk bueno, yo, 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 yo Ich hab' doch einen Thumbla eran' schaun ich hab' doch ein Thumblakeln gemacht Ja, da hab' ich ja gesehen, aber das war ja wieder nur von dir ähm, ja, das stimmt Ja, das muss es uns arruechen jetzt einfach drüber lustig machen Es war 9 fuels Und eigentlich nur was machen kann Ich mach' es halt auch zu sehen, Ich mach's irgendwie noch nicht das ist dann die schnellste ja ja ok bei euch wenn er okay ja du hast ein video gemacht ist jetzt hier den kanal ein bisschen bewerben werke ich gerade dann erzählt halt mal das sind so ich habe nur bin nur auf ein paar standardfragen eingegangen die mir so immer so gestellt werden darf ich fragen darf ich raten rat mal irgendwas mit seiner mutter ich glaube tatsächlich solche fragen wie ich auch sehr häufig bekommen zum beispiel wie bist du auf youtube gekommen genau wo kommt der name her so ungefähr wie bist du auf deinen namen gekommen oder was willst du noch erreichen oder solche sachen ja genau ja okay aber das würde mich tatsächlich interessieren was für sie noch erreichen möchte also was für die ziele oder hast du bist du auf die frage tatsächlich ein gar nicht viel also was soll ich da sagen ich habe mein ziel ja schon um länge erreicht und habe mir seitdem eigentlich kein neues mehr gesetzt okay und was für fragen wurden die so gestellt also kann man das jetzt hier so ein bisschen sag ich mal auf uns produzieren und wir können auch was dazu sagen weil sie fragen oft gestellt werden müssen dann extra so ein video machen und müssen das real talk video nennen obwohl es ein faq video ist obwohl es ein faq video ist aber schon okay jetzt zieht deine clickbait nummer nur weiter dort ja ich bin auf die frage eingegangen hier was halt mit pixel ist okay das wollen wir allerdings jetzt hier nicht auswerten wenn du das schon getan hast ja dann wie man muss dazu sagen wir wissen es selber nicht also was jetzt aktuell ist ja ja dann die frage wie bin ich auf youtube angefangen also warum habe ich auf youtube angefangen deswegen blablabla wie sie ja ne okay ich würde nur sagen hier oben die ganz viel so geschnittener klimmbatsch da könnte man auch häxeln ja ich wollte mir sind da unten häxeln nee ich habe nur gedacht wegen der performance die zwei stimme hier mitnehmen ja auf jeden fall da ist was so rumliegt weg machen das ist wenn nichts rumliegt wieso bist du auf youtube angefangen hast du die stöner lade gemacht nein aber jetzt sag mal äh äh entschuldigung ich wollte dich unterbrechen mach äh ac ja und ähm wie ich euch halt kennengelernt habe und das war's das würde mich eigentlich auch immer interessieren wie ihr euch kennengelernt habt äh sie haben mich über pixel kennengelernt ja okay und pixel habe ich habe ich kennengelernt ich habe damals ein community projekt minecraft in einem richtigen community server gemacht und so weiter und alles das war ein technik projekt wo man sich bewerben musste und er sollte wirklich für wenige erlesene sein weil minecraft server mit technik der public ist und wo du mehrere drauf spielen lässt ist innerhalb von einem tag dauern wenn du nicht die richtigen leute hast genau und deswegen wollte ich da lesen und wir haben es tatsächlich geschafft den server glaube ich 100 tage lief da also über drei monate oder vier monate und ohne dass wir resetten mussten und pixel hat sich da eben beworben gehabt für das projekt und ja dann eben sehr viel mit geholfen und so weiter und deswegen hatten wir dann etwas mehr zu tun und über ihn hatten wir sie kennengelernt genau war das dann rein community projekt oder war das für youtuber ausgelegt oder war frisit damals oder war pixel damals schon youtuber er war wo das weiß ich gerade gar nicht ja doch doch er war youtube ok aber naja wie frisit halt ne ok also nein ok nicht böse gemeint aber es ist natürlich wirklich frustrierend wenn du auf youtube videos machst und das seit einer geraumen zeit und aber nicht weiter kommst das nicht weiter kommen hat natürlich verschiedene oder kann verschiedene ursachen haben zumal also erstens ist es du kannst die ursache haben dass deine videos einfach die leute nicht finden dass sie keiner sieht und dadurch eben du auch keine neuen leute gewinnst und keine auf dich aufmerksam wird und so weiter weil das youtube ranking sage ich jetzt mal und dieser algorithmus und alles ist ja schon sehr sehr komplex naja es gibt unglaublich viele sachen auf die du achten musst und als kleiner als neue anfänger mit videos die keine 20 klicks kriegen sage ich jetzt mal oder 30 klicks haben ist natürlich klar wie bist du da das ist halt ultra schwer das kann eine ursache sein die andere ursache kann natürlich auch sein dass du einfach nicht ankommt bei den leuten sage ich mal gibt es ja auch so ein schlaftabletten oder so wo da ich weiß nicht kein plan also was ich jetzt tatsächlich vermehrt feststelle ist dass dass die leute einfach meint du kannst mit allem videos machen ich habe wirklich leute gesehen die haben mit dem handy dem bildschirm abfotografiert und haben das als let's play verkaufen wollen also ja das ist ja ja das gab es damals ja auch schon ich bin der tom und ich mache heute minecraft etwas mit euch und ja jetzt ficken wir alle teilweise ist das schon so ist das aber das sind die let's plays ja ja das ist ja immer den hier wenn du weißt du mal hier den baum also baum schneiden ich mache dir mal hier bitte wenn du kannst bin heute hier der hilfsarbeiter habe ich das gefühlt so warte mal aber ist deine amazon wester gerne ich bin gern der hilfsarbeiter für euch kannst du nichts machen dann bist du aufpassen der redia schlägt auch gerne mit einem baum ja ich muss ja irgendwie das gleichgewicht finden ja aber das sind so denke ich und für sie war natürlich sage ich mal für die zeit die er sich auf youtube herum getrieben hat ja ging es nicht so richtig vor nicht zurück oder richtig ich hatte ja ich war zwei jahre schon auf youtube hatte 400 abonnenten ja und das ist eben sein was passen du da und das ist eben von der lena jetzt eben nicht so viel so und wie sie war aber eigentlich netter typ und so und kannst du das ding jetzt mal stillhalten so was heißt das steht der baum wackelt von alleine man sagen so jetzt aber so um ja und Prozent war ein netter cooler dude und wieso war wer weiß wie einheitsform jetzt bist du erfolgreich ja auf jeden fall mir persönlich bin halt so der typ wenn ich mich mit jemanden verstehe dann verstehe ich mich mit dem ich gehe da nicht nach abonnenten oder so ich meine wenn ich jemand sympathisch finde ich weiß wie wenn ich mit dem cool zocken kann und habe halt spaß mit dem und alles und dann ist das ist halt das was für mich zählt das ist wohl richtig ob der viele abos hat oder sonst ja klar manchmal macht man halt auch mit leuten was die halt viele abos haben weiß ja viele abos konnte ich nicht leiden also das gab es bei mir noch nicht weil wie gesagt zum beispiel da du ist ja auch so beispiel 250.000 abonnenten und aber mit den zum beispiel nämlich schon seit über zwei jahren auf und kennengelernt habe ich ihn da hat er 36.000 also das ist wirklich so teilweise es geht nicht um abonnenten oder es geht nicht um weil da kann ich mir noch ein paar klicks holen wo geil ja da geht es eigentlich gar nicht was sagst du ja aber werner in unserem bereich geht es nicht darum ja das das wird mir doch nicht einfallen weißt du wie oft haben wir uns schon unterhalten wenn wir die aufnahmen gemacht haben wo wir gesagt haben boah das ist heute wahrscheinlich wieder schnell vergangen richtig einfach spaß bei der sache haben genau weiß genau das ist richtig ja bevor bevor ich an tino und randy hier gekommen bin hatte ich andere youtuber auch mal angeschrieben meinst du kriegst du keine antwort da kriegst du erstens keine antwort und du hängst in der runde und und zweitens wenn du eine antwort kommst ja komm mal wieder wenn du ein bisschen größer bist ohne witz also ich muss noch mal ein beispiel mal nennen ein beispiel was mir am herzen liegt das möchte ich einfach mal sagen und das hat nichts also mit der person zu tun oder irgendwie eine antisympathie oder sonst irgendwas ihr kennt fränkes talktrak den gab es ja früher hat er hat dennoch nein 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 ja ja harad fränke hat der ets 2 gemacht und er hat einen talktrak und da konnte man sich bewerben hat der leute mitgenommen da hast du bist ein bisschen getort ja ich hab dich drei mal dafür beworben weißt du was ich das antwort gekriegt drei mal ich bin zu klein ja es ist halt uninteressant gut aber eines muss man auch sagen jetzt nicht nicht um jetzt irgendwas schlecht zu reden aber harald vielleicht hat das auch oft gesagt er ist nur auf richtig profit aus richtig genau das ist auch kein geheimnis das hat er auch nein das hat er gesagt das hat er in der zitronenpresse rausgelassen also richtig genau und ja und ich hatte glaube ich zweieinhalbtausende abos damals und ja da habe ich halt klipp und klasse antwort kriegt aber er hatte er jetzt auch noch kein also auch keine 50.000 er hatte ja auch viel weniger keine ahnung vielleicht 20.000 oder so ich weiß es nicht und ja da habe ich das antwort kriegt nee ist halt zu klein und das bringt ihm in dem sinne nix und naja jetzt habe ich internes ausgeplaudert obwohl eigentlich das kein internes habe ich beworben und das war die antwort so fertig ja dann macht ja auch kein youtube mehr aber wie gesagt hat nichts mit der freige zu tun habe danach ja mit ihm noch aufgenommen also wir hatten ja noch ein zwei projekte wo man danach noch was zusammen gemacht hatten und ja von daher alles cool aber wie gesagt das war damals so die antworten das war schon enttäuschend irgendwo da ist ja schön zu gedacht okay eigentlich muss man ganz ehrlich sagen wenn du das jetzt gerade so erzählst muss ich jetzt ehrlich gestehen dass ich im moment nicht besser bin weil es schreiben sehr sehr viele leute kann ich mal mitspielen und das und das und ich muss einfach fast immer nein sagen weil ich einfach nicht weiß wie ich das ist ja auch was anderes wenn ich das eine andere schiene weiter geht sich darum dass sie du sagst ja nicht nein du bist du hast zu wenig abos deswegen das würde ich nicht machen sondern du sagst ja du kannst dem ja gar nicht gerecht werden alle weißt du wenn die 100 leute schreiben ob sie mal mitspielen dürfen wie willst du es machen das ist ja genau das problem fängst du mit einem an musst du es bei allen machen das ist das ist ja auch was anderes da sind ja zuschauer die vielleicht mal eine folge dabei sein wollen ich wollte ja ein richtiges projekt und es haben youtuber zu mir nein gesagt die ich auf gamescom getroffen habe und die dann ganz dunkel geguckt haben und so ein scheiß und dann denke ich mir auch und du kleiner pinner warte mal ab zwei jahre habe ich dich das ist kein witz kannst du also ich will hat montana noch mal kurz vor einer million du bist jetzt bei 3000 jahren ja hast du hast hast du eigentlich montana black angeschrieben gar kein mal da hast du jetzt aber gelogen das hast du schon mal erzählt dass ich ihn schon mal angekündigt hat doch mal dein maul ich muss mir die folge auf ich muss mir sagen gerade knallrot bestimmt dann tut sie gerade durch seinen kopf oder das t-shirt oder so in diesem sinne aber würde ich sagen ich beenden wir mit der peinlichen nummer für Füße hier wir sehen uns übermorgen wieder ihr lasst das Däumchen an wenn es euch gefallen hat und schaut bei den anderen vorbei die stehen nämlich alle in der Videobeschreibung und wir sind erstmal raus bis dahin Tschüss Tschüss